Mit dem Rat zur Arbeit. Vom 1. Mai bis 30. Juni wurde diese Aktion zum fünften Mal von der Lichtensteinischen Industrie- und Handelskammer, der Regierung des Fürstentums Lichtenstein und dem Verkehrsclub Lichtenstein durchgeführt. Volksblatt Online war mit dem Rat nach Balthas unterwegs, wo am 24. August unter den 293 Zweierteams Gutscheine im Wert von 12.000 Franken verlost wurden. Andererseits ist es schön, dass so viele Leute mitmachen und andererseits freue ich mich persönlich, weil ich sehr viele Kinder, die da mitgemacht haben, völlig zufällig. Ein ehemaliger Lehrling von mir beispielsweise. Ich bin natürlich auch mit dem Velo unterwegs, aber ich habe so Regen, ich muss es sagen. Ich wohne in Verdutz und ich arbeite in Verdutz. Also das heißt, dass ich bei höchstem Wetter gehe ins Fuss. Ich bin aber nicht so eine Schlechtwetterradlerin. Ich bin lieber eher, wenn es schöner ist. Und bei gutem Wetter gehe ich immer mit dem Fahrrad. Und das kommt nicht nur der Verkehrssituation und der Umwelt, sondern auch der Gesundheit zugute. Also es spürt man sicher in der Fitness, aber man hat ja eigentlich auf dem Schaffen her. Wir sind ja im Werkbetrieb tätig. Sind wir eigentlich immer in der freshen Luft und in der Natur da und haben eigentlich auch dort ein bisschen Körperliertüchtigung. Aber es trifft schon ein bisschen an. Vor allem mit dem Oberschenkel. Es gibt Kraft. Urs Welchli ist der Geschäftsführer der Infikon AG mit gut 180 Mitarbeitern. Wohnhaft in Chur pendelt er jeden Tag mit dem Velo von Sagans nach Balzers. Doch in seiner Freizeit können dies mit dem Rennvelo auch mal 4000 Höhenmeter täglich sein. So ein bisschen Vortraining ist immer gut, darum das darf man auch sonst. Und stellen dich mal vor, jeder Zweite hier im nächsten Teil würde mit dem Velo arbeiten. Was für ein Strassenbild am Morgen. Bei der Infikon sind es 29,5% und dies ist einsame Spitze unter den lichtensteinischen Betrieben. Das Mobilitätsmanagement stellt die Gewohnheiten infrage. Für mich als Geschäftsführer ist das ganz wichtig. In einem Hightech-Unternehmen muss man immer Sachen infrage stellen. Man muss auch zu Veränderungen bereiten, zu Erneuerungen. Latinische Innovation. Und die Innovation kann man auf dem Arbeitsweg betreiben. Und die Mischungen aus Fahrrad, Bus, zu Fuss gehen, das sind, denke ich, ganz kleine Innovationen. Und das bildet sich nachher ab im Betrieb. Ein bisschen von unserer gesamten Innovationsfähigkeit haben wir sicher auch aus dem Infragestellen vom täglichen Arbeitsweg. Früher war es Gärg Seele, der sich bei der Infikon fürs Velofahren stark gemacht hatte, trotz aller Bemühungen. Der motorisierte Verkehr in Lichtenstein wächst. Noch. Der Verkehr, der motorisierte Verkehr nimmt nicht gottgegeben zu. Er nimmt zu, weil unsere Politik eine Struktur schafft, die den motorisierten Verkehr begünstigt. Denken wir an die erste Etappe von Nordumfahrungsschaden, der sogenannten Industriezubringer. Solange die Regierung nicht begriffen hat, dass das Struktursverhalten von den Leuten bestimmt, solange nimmt der motorisierte Verkehr zu. Wir wissen von sehr vielen anderen politischen Entscheiden in anderen Ländern, die so gefallen sind, dass man bewusst den motorisierten Verkehr eingebremst hat und den nicht-motorisierten Verkehr und den öffentlichen Verkehr richtig gefördert hat. Die grössten Steuerungsmöglichkeiten haben freilich die Betriebe selbst. Ein Beispiel Duschen und Handtücher am Arbeitsplatz, aber auch kostenpflichtige Parkplätze für die Autos der Beschäftigten. Und darum kämpfen wir vom VCL aus für die richtigen Rahmenbedingungen, auch im Hinblick darauf, dass wir wissen, dass fossile Triebstoff knapp und dürr werden.